jo was geht meine lindensaukerjunkies, hallo bis wieder hier, herzlich willkommen zu einem neuen COD Mobile Video heute testen wir zwei Waffen und zwar einmal die HBR A3 und die DRH beide natürlich wie ihr gesehen habt auf Level 1 und mit dabei ist der Timo guten Tag ihr kennt ihn aus den Streams wir spielen jetzt einmal beide Waffen auf Level 1, danach eben halt auf Full Level ich geh unten Pool, werd da patrouillieren was ihr macht ist mir egal ich hab so gechockt, ich hätte den EZ haben können ach, alter er hackt mich, ja er hackt mich, aber dieser, dieser, der, wo die diese Hürde gepackt hat der hackt ganz gewaltig ich hab sie beide geholt nein, nein, nein dieser Fabi, oder wie das heißt schiebt er weg er hat gerade auf die Wand durchgeschossen, ohne mich zu sehen ok ich hab auf jeden Fall das Bike gerade geholt auf EZ dieser, dieser Fabi COD 12 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 Hilfe! Er hat eine VTOL gedopft. Scheiße. Da ist eine VTOL nämlich. Er geht weg nämlich. Ich glaube sie haben, er hat eine VTOL. Er hat 8 Kills. Er hat 15 Kills. Kannst du das Ding nicht bei 15 Kills? Ja, er hat 15 Kills. Und ich habe eine Predator. Ja, nein, ist da. Das ist ja auch echt alt, oder? Das ist ja auch echt alt, oder? Das ist zu nahe. Das ist zu nahe. Fight harder. Er hat die Leid. Das ist nicht mehr schreien. Die Leid. Die Leid. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. hast du keine ep karten? ep granaten? ne. ep karten. achso. doch. warum? weil es die waffen so sehr gibt, wenn ich so eine ep karten mache. wenn ich sowas mache, spiele ich die waffen einmal per low. also so wie sie am anfang sind. danach skill ich die auf und dann aber damit man dann sieht die sich natürlich spielen und dann eben halt mit verbesserung. ja ich finde hier die hbr schon ohne aufsätze ziemlich krass, um ehrlich zu sein. die safari zu dir. da ist irgendwas komisches dran. ich hoffe jetzt bald das für die kn. ich kann die in der waffen oder auch mal. ich kann die in den waffen oder weg. ich muss sie direkt zuruconieren. es ist eine für die linie. Ich habe Kontadromo, hier hau ich jetzt mal raus Weißt du, wo die gerade spawnen? Hm... Ich hab doch kurz so eine V-Tool Bestimmt, wir wissen, wo die spawnen Weißt du, wo sie spawnen? Ach komm, lächerlich Egal, HBR finde ich krass Aber soll ich das sagen, die haben ja noch gefickt Ja, wenn man halt einen Hacker in Games zerfickt Der wird auf jeden Fall A2 Schau mal, wir bekommen 5000 Punkte Ich bin jetzt fast Level 22 Was hab ich denn als Spiel? Ich hab 11 zu 7 Punkte Ich hab 11 Kits gemacht, krass Das war Fabian, Cheating Trainer Lass mal Herrschaft spielen, mal schauen ob die mehr gibt oder mehr Punkte Also ich spiel die HBR gerne mit taktischem Tier Auch wenn's rüberklingt, aber mit rotkommt Ist schon gut, aber taktisches Tier ist wichtig Lass uns auf Entfernung Lass uns auf Und zweiten kommt doch Nachkommt Fick mit HBR ist gefühlt zu einer verbesserten M4, finde ich Oder M4 2.0, sagen wir es doch Das neue Update werden Bots, schau mal hier, da sind jetzt 5 Bots drin Und die heißen gleich auch nicht anders, weil die durchgetauscht werden durch Rechtsspieler So jetzt die DRH Ich bin mal gespannt wie die so ist Ich glaub die DRH ist ne Black Ops Waffe gewesen ne Die DRH Alter, ist die krass Ok, die brauchen einen Stabilisator, aber Alter Schwede, was geht da ab Wenn die trifft, Alter, ist die böse, die ist richtig böse wenn die trifft Bravo Jaa, auch noch von hinten Jaa, auch noch von hinten Spray ist die nicht so gut Alter, ist die böse Ist ja richtig böse Was hat Loliti, Alter Das böse ist die Waffe Die ist böse, Alter Ich hab jetzt kein Wort verstanden wegen mir Airstrike Das ist mega laut Was hast du gesagt? Teemo? Das ist so böse die Waffe Die ist böse Leute Die ist böse Leute Ich hab da fast ein W gegeben Ich hab da fast ein W gegeben Ich hab da fast ein W gegeben Lächerlich Schmutz Schmutz Die ist Teemo? So, die DRH ist böse, die GG ist richtig böse. Die sind ein bisschen lame, so. Ne, also die fühlt sich ein bisschen träge an, aber alter Schwede. Wenn die reinballert, böse. Und das schon in der Rundausstattung. 24,5 mit 17 Assists, alter. Das ist das Angelegen, wenn ich Schuss habe. Ah, Mann! So, ich spiele von mir. Das ist ein Lastgegner, ne? Also richtig Last. Ja, geh auf. All positions locked down. Hold your positions. We captured C. UAV online. Zemtex out! Down, need backup. Care package awaiting orders. Objective almost complete. Keep it up. Was war denn das für einer? Hoffentlich habe ich die Predator jetzt noch. Ne, habe ich natürlich nicht. Geil, ich spiele eine Predator und... Was ist ein Bogen gerade? Ich würde mal raten, den Move-Man besser anzuschauen. Mal, immer wenn es läuft, manchmal schleichen. Was hast du an, ohne Schleiß? Genau. Ich würde öfters schleichen, schleichen. Also schleichen wir schleichen. Was ist denn los? Warum bin ich aber immer so on-point? Das ist ja dem ich zu schaue. Was ist denn los? Was ist denn los? Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Warte, ich bin keiner verreckt. Ich kürze das an. Mit Aufsetzen ist die Waffe wirklich eine bessere M4. Schneller, stärker in meinen Augen. Ich warte ja darauf, dass die GKS in irgendeiner Form wiederkommt. Weil ich will die GKS im MS haben. Hast du die nicht? Ne, zu dem Zeitpunkt wurdest du noch gekickt, wenn du mit Blue Stacks gespielt hast. Das ist das, was ich ausschaue. Das ist das hier. Die sindverlässig die GKS in der Samarburg. Somit hast du doch gegenseitig die GKS im Fluss für dich. Die haben gut geschickt. Es ist das, die ihr nachgelöst ist und in der Saison in der GKS in der Samarburg. Es wird so viel zugegeben, da kommt jetzt mit denahmen ab und geben sie doch zu können. Das ist ja wohl ganz schön, der G. Oh, nein... Ich bin der Garten! Ich bin der Garten zu stepこれ. Warte, dann klicken sie die Garten zu. Die Garten. Ich bin der Garten an. fährt jetzt nicht einnehmen noch ein bisschen preziast mit der holst du so easy weg es ist ich es ich es ich es ich es es Alter so on point, die Waffe Hammer Geben wir uns die Drohne mit Bohnen? Wie kriegt denn ein Nuke? Hm Was? Wie schnell hat er mich jetzt geholt? Hä? Was? Wir haben bravo, kannst du mich online Geht zurück! Geht zurück! Geht zurück! Grenade raus! Boah, der Sound von der... auch genauso böse Ja Da hab ich gechoakt Pfff We're capturing A Losing Bravo Losing Charlie Care package inbound Capture Bravo, UAV online Lost B Canter Drohne ist da Ready to jam enemy UAV Capture Bravo, counter UAV is up Crack! Scheiße Scheiße Nein Nein 29 Kills und ein Tod Ich war kurz vor dem Video Ich choke auch gerade richtig rein, aber echt krass Ich hab 29 Kills und ein Tod Ich war kurz vor Nuklear 30 Kills ohne Tod Trotzdem Muss dir das geben alter Ich hab gegen Ende hab ich echt Gefailed so Und hab rein gechoakt Aber ohne Witz die DH Wenn du dich daran gewöhnst Die spielt sich von Wenn du dir ein bisschen mehr Mobilität gibst Lass die sich spielen wie eine MP Und die Lass uns andere weiterspielen Äh Dieses Marken Ich hab 17,3 gemacht 120 Ist das Richtig krass Naja meine Freunde Das war's von diesem Video Ich hoffe ihr hattet euch Spaß Was ihr von den Waffen haltet Ab unten in die Kommentare Ciao Wir sind raus